so jetzt möchte ich ihnen etwas erzählen über np was das ist wissen sie hoffentlich schon weil sie das vorige video gesehen haben oder sie kennen es von woanders her und möchten noch eine zweite meinung zu dem thema einholen np die klasse der probleme in der informatik die wir mit einem nicht deterministischen algorithmus in polynomialer zeit lösen können so hatte ich sie bisher definiert und ich hatte das auch motiviert weil ich ihnen erklärt hatte dass zum beispiel das erfüllbarkeitsproblem der aussagenlogik mit dem wir uns zuvor herumgeschlagen hatten auch gut beschrieben wird durch diese klasse dass das sehr gut beschrieben wird hatte ich bisher noch nicht argumentiert aber ich hatte ihnen zumindest schon erklärt dass dieses erfüllbarkeitsproblem in np liegt und wir hatten uns ja gefragt als wir über algorithmen für dieses problem nachgedacht haben ob es denn wirklich nötig ist dass diese algorithmen immer exponentiell lang laufen im schlimmsten fall kann man nicht effizientere möglichkeiten finden um dieses problem zu lösen und vielleicht hilft es ja wenn man etwas besser versteht wie diese klasse np funktioniert in der dieses problem liegt und nicht deterministisch polinomiell das klingt doch eigentlich vielversprechend polinomiell ist doch meistens etwas gutes oder vielleicht können wir irgendwas gewinnen aus dieser sache mal sehen wir wollen auf jeden fall ein bisschen genauer hinschauen wie np funktioniert und wie auch np probleme funktionieren weil das natürlich nicht nur in der logik sondern überhaupt in der informatik extrem oft auftritt ja np probleme gibt es zuhauf in der praxis und die mit zu lösen ist eine wichtige aufgabe in der informatik eine die auch oft ein bisschen geschick und ingenieur mäßiges vorgehen verlangt und für die es auf jeden fall nützlich ist zu verstehen wie so ein problem tickt wie also ein problem funktioniert okay gut also willkommen zurück zur vorlesung über formale sprachen und automaten mein name ist immer noch markus krötsch und dies ist eine videoreihe der tu dresden hallo wie gesagt wir wollen probleme effizient lösen und zwar speziell solche in np das wäre doch toll satt das erfüllbarkeitsproblem der aussagenlogik ist in np und ich hatte auch schon ein bisschen über andere klassen gesprochen p space die wo man polynomiell viel speicher verwenden darf liegt da noch drüber und noch weiter oben liegt exp time die sprache in der wir exponentiell lang rechnen dürfen wenn man das so sieht denkt man hat super satt ist ja drei stufen weiter unten als exponentiell oder zwei ja wenn ich so zähle aber in der praxis stellt sich heraus unsere algorithmen die wir bisher betrachtet haben für die für das schließen in der aussagenlogik sind trotzdem im schlimmsten fall exponentiell das heißt es scheint so als wären wir immer noch hier oben und haben gar nichts gewonnen dadurch dass satt also in einer kleineren klasse vielleicht kleineren klasse von problemen liegt das ist unbefriedigend in gewisser weise ja bei anderen sprachhierarchien ja bei chomsky zum beispiel als wir über reguläre und kontextfreie sprachen gesprochen haben da war es wirklich so wenn wir einen schritt weiter runter gehen konnten dann haben sich dadurch auch immer gleich effizientere algorithme ergeben ja also so ein endlicher automat läuft eben viel effizienter als ein kellerautomat effizienz ist schon ein großes problem bei kellerautomaten schon an den stellen wo wir sie in den programmiersprachen verwenden beschränken wir uns auf bestimmte kontextfreie sprachen die deterministisch sind in einem zusammen in einem gewissen zusammenhang damit wir die effizienz wieder gewinnen also da war das wirklich so je kleiner die sprache hier spezifischer die klasse desto schneller ging es und hier scheinbar nichts die tatsache dass sat in np ist führt uns leider erst mal zu nichts denn eine bessere lösung kann man dadurch nicht ableiten da np die klasse ist die durch nicht deterministische polonomelle algorithmen charakterisiert wird aber unsere computer unsere hardware ist deterministisch wir haben keine nicht deterministischen algorithmen nativ zur verfügung wir können sie nur emulieren und das zu tun kostet zeit und da sind wir wieder da oben andererseits ist das ja kein argument dagegen dass man das schneller schaffen könnte das heißt nur dass die definition so wie wir sie hier gegeben haben erstmal noch nicht dazu beiträgt dass wir unmittelbar eine schnelle lösung erhalten aus dieser klassifikation aber irgendwie ist es ja schon weiter unten also irgendwas könnte doch gehen oder also große frage kann man sat auch effizienter lösen wollen wir versuchen herauszufinden und dazu müssen wir zunächst mal verstehen wie np funktioniert und das möchte ich in den nächsten acht folien noch ein bisschen besser klären eine sehr interessante eigenschaft dabei die uns auch wirklich hilft dieses ganze diese ganze klasse viel besser zu durchdringen glaube ich ist eine die wir schon bei sat 10 bei diesem erfüllbarkeitsproblem der aussagenlogik es scheint ziemlich schwer zu sein wie schon sagte die erfüllbarkeit einer formel zu ermitteln also wir können zum beispiel systematisch alle möglichen belegungen für die wahrheitswerte durchsuchen das dauert sehr lange und dann haben wir vielleicht die lösung oder wir wissen dass es keine gibt dagegen ist es sehr einfach erfüllbarkeit einer formel zu überprüfen wenn eine belegung der werte gegeben ist wenn ich ein modell vorgeber als ein modell eine erfüllende belegung alles was ich dann noch tun muss ist den wahrheitswert der formel auszurechnen und das geht wirklich ratzfatz das ist eine ganz einfache polonomiere rechnung das heißt also wenn sie unter den vielen möglichen belegungen die richtige suchen müssen ist es schwierig wenn ich ihnen aber eine nenne und behauptet das ist die richtige dann können sie ganz schnell nachprüfen dass es wirklich die richtige ist okay ähnlich ist es auch bei anderen problemen die typisch sind für np sudoku hatte ich auch schon mal erwähnt im zusammenhang mit der aussagenlogik ja unser kleines zahlen gitter spielt es ist schwer je nach sudoku aber in der regel im allgemeinen zumindest ist es schwer ein sudoku korrekt auszufüllen muss man eine menge darüber nachdenken dagegen ist es sehr sehr einfach zu prüfen ob ein ausgefülltes sudoku korrekt ist also wenn ich ihnen meine lösung gebe in der ich die zahlen schon eingetragen habe dann müsste es ihnen relativ schnell gelingen zu prüfen ob ich mich dabei irgendwo vertan habe oder ob das den regeln entspricht auch hier das gleiche problem die lösung zu finden ist anspruchsvoll die lösung zu prüfen ist es nicht gibt es noch mehr solche probleme finden wir noch mehr dieser algorithmen dieser dieser aufgaben stellungen die sich so verhalten dass es schwer ist eine lösung zu finden aber einfach eine gegebene lösung zu prüfen ist das was häufiges kommt das noch öfters vor und wir werden sehen das ist tatsächlich der fall die frage ist aber natürlich wie kann man das überhaupt wenn man jetzt ein bisschen theoretisch geneigt ist wie wir das sind formal definieren ja schwer zu finden leicht zu prüfen das sind ja noch ziemlich vage begriffe wie was genau meinen wir denn hier wovon wollen wir sprechen und es stellt sich heraus dass man es tatsächlich ziemlich leicht und und auch nicht allzu komplex definieren kann also mathematisch definieren kann was es eigentlich heißt dass es einfach ist eine lösung zu prüfen wir bauen nämlich turing maschinen wie gesagt sie dürfen gern algorithmen sagen statt turing maschinen algorithmen die lösungen überprüfen anstatt sie selbst zu finden so was nennt man ein polynomiellen verifikator ein polynomieller verifikator für eine sprache l ist eine polynomiell zeitbeschränkte deterministische turing maschine deterministisch wichtig wir müssen nicht raten für die das folgende gilt diese maschine akzeptiert nur wörter der form w gefolgt von z also das heißt es sind die wörter haben diese seltsame form mit einem trennzeichen die ich hier als raute schreibe dazwischen wobei w ein wort der sprache ist für die wir diesen verifikator benötigen und z ist ein zertifikat wie man sagt polynomieller länge was bedeutet das in zertifikaten also einfach nur ein wort über dem eingabe alphabet über dem gleichen alphabet das auch die sprache selbst verwendet dabei sollte das trennzeichen nicht teil dieser dieses alphabet sein das ist zusätzlich okay damit wird diese beiden teile auseinander halten können der eingabe okay also wir haben in der eingabe zwei teile ein wort und ein zertifikat und das zertifikat ist nicht sehr lang sondern es gibt irgendwie eine funktion ein polynom die die länge des zertifikats beschränkt abhängigkeit abhängig von der länge dieses wortes okay und so etwas solche paare von worten und zertifikaten soll der polynomielle verifikate jetzt akzeptieren und wir fordern dass es für jedes wort in der sprache für jedes w ein solches wort w raute z gibt dass der verifikator akzeptieren wird okay ziemlich abstrakt oder also zertifikat verifikator polynomiell in also klingt erstmal kompliziert die intuition ist aber super einfach und zwar wie folgt sie können sagen denn das zertifikat ist im prinzip die lösung das ausgefüllte füllte sudoku die wertzuweisung für die formel und der verifikator soll nichts weiter tun als zu prüfen ob die lösung zum problem passt also ob das tatsächlich die ausgefüllte korrekt ausgefüllte version des eingabe sudokus ist ob es tatsächlich eine erfüllte belegung der eingabeformel ist und das soll diese dieser algorithmus testen und das soll er in geringer zeit testen pull in jeder zeit und wir fordern weiterhin dass die lösung selbst nicht lang ist ja also eine sehr lange lösung die findet sich immer man könnte ja einfach eine lösung angeben die alle möglich die für jede möglichkeit angibt was man daraus bekäme für jeden möglichen war für jede mögliche belegung den wahrheitswert der formel darstellt oder so gut das wäre keine kunst das wäre auch keine interessante lösung und es ist vor allem auch leicht polynomiell zu sein in einer eingabe die selbst schon so riesengroß ist ja dann selbst wenn sie nur linear viel zeit brauchen haben sie durch diese exponentiell große eingabe indirekt exponentiell viel zeit also die lösung soll schon bitte schön kurz sein eine einfache lösung die man einfach prüfen kann okay gut manchmal spricht man auch von nachweisen beweisen oder auch zeugen witnesses ziemlich verbreitet im englischen für diese dieses zertifikat okay gut so könnten wir also eine art von algorithmus definieren der mit wenig aufwand prüft ob eine lösung zu einem problem passt oder nicht und die frage ist jetzt für welche sprachen gibt es solche polynomiellen verifikatoren also für welche sprache kann man wirklich einen polynomiellen algorithmus finden der für irgendeine art von zertifikat die nicht näher definiert ist aber die nicht allzu lang sein darf sicherstellt dass jedes wort in der sprache einen ein passendes zertifikat hat und das wollen wir untersuchen die klasse kann man erstmal selbst wenn man sie noch nicht näher versteht definieren wir nennen sie einfach nachweis polynomiell und sagen also eine sprache ist nachweis polynomiell wenn es für sie einen polynomiellen verifikate gibt wenn man die lösungen leicht prüfen kann okay wann ist das so zum beispiel bei sat ich hatte es ja schon gesagt ein möglicher verifikate wäre einfach einer der wörter akzeptiert bei denen der vordere teil die formel kodiert und der hintere teil eine kodierung der wertzuweisung ist die die formel erfüllt damit das für jede erfüllbare formel eine erfüllende wertzuweisung gibt und die ist jedes in jedem fall ziemlich kurz findet man in jedem fall so ein paar und für das richtige paar ist es dann leicht mit einem polonomellen algorithmus zu prüfen dass die wertzuweisung wirklich stimmt anderes beispiel sprachen die an sich schon einfach sind also sprache die in p sind polynomiell erkannt werden können sind auch automatisch nachweis polynomiell das sieht man auch leichter man kann zum verifizieren einfach ein algorithmus verwenden der das problem löst und das zertifikat darf dann leer sein also das heißt in diesem speziellen fall brauchen wir gar keine lösung anzugeben sondern der aufwand die lösung direkt zu berechnen ist so gering dass man das auch mit dem polonomellen verifikator direkt tun kann okay also alle sprachen np sind nachweis polynomiell aber sat eben auch es gibt noch mehr beispiele hier ist ein schönes grafisches das drei farben problem das drei farben problem besteht darin die knoten eines ungerichteten grafen wie hier zum beispiel so mit den drei farben rot grün und blau zu färben dass keine zwei benachbarten knoten die gleiche farbe haben benachbart heißt hier verbunden durch eine kante also der und der und der der nicht die die nahe aneinander liegen und das geht hier zum beispiel ungefähr habt und eine mögliche färbung für diesen grafen sie sehen die nachbarn haben immer andere farben als der knoten selbst okay gut das drei farben problem und die frage lautet jetzt gegeben einen solchen grafen geht das überhaupt und können sich leicht überlegen es gibt fälle in denen das nicht geht in denen die nachbarn so eng verknüpft sind dass drei farben nicht ausreichen okay das kann man auch wie so viele probleme als wortprobleme aufpassen man muss nur irgendwie die grafen als wörter kodieren kann man sich leicht vorstellen in irgendeinem binären dateiformat können wir sicherlich grafen kodieren und dann können wir algorithmen betrachten turing maschinen betrachten die für die eingabe einen kodierten graf eben ja oder nein ausgeben je nachdem ob man so eine färbung finden kann oder nicht dieses problem ist offensichtlich nachweis polynomiell zertifikat die färbung also sie sehen eine schöne eigenschaft dieser nachweis polynomiellen sprachen ist dass man oft sehr schnell und sehr einfach sehen kann dass etwas in dieser sprachklasse liegt also wie hier zum beispiel okay noch ein beispiel faktorisierung auch etwas was in der informatik natürlich einen großen stellenwert hat nicht nur wegen der beziehung zur kryptographie wir müssen zahlen manchmal faktorisieren wenn wir oder müssten sie faktorisieren wenn wir die geheimen schlüssel abmitteln wollten die jemand für die verschlüsselung verwendet faktorisierung heißt einfach nur dass man sie eine zahl n als produkt von zwei anderen zahlen dasteht vollständige faktorisierung wäre dass man alle primfaktoren so zerlegt aber sie wissen in der kryptographie hat man oft produkte von zwei großen primzahlen also genügen uns dann schon zwei faktoren es stellt sich heraus und es ist leicht zu sehen dass diese eine bestimmte sprache die man daraus bilden kann die hier komposit nenne nachweis polynomiell ist das ist die sprache aller der dinge die man in zwei nicht triviale faktoren zerlegen kann was heißt nicht trivial naja die beiden sollen größer als 1 sein also ich möchte nicht einmal n hier stehen haben sondern ich möchte etwas ich möchte das produkt schon zwei zahlen haben die also nicht eins sind und die sprache erhält enthält enthält die binär kodierung in solcher zahlen also ketten von null und einzel sofern die zahl die dadurch kodiert wird ein produkt ist und keine primzahl das sind also die komposit die zusammengesetzten zahlen und zertifikat ist sehr einfach sie müssen mir nur die faktoren nennen und dann kann ich mit multiplikation in polynomial zeit herausfinden ob das wirklich eine zerlegung wäre für die zahl die als problem gegeben okay und auch hier sieht man ja die zahlen zu finden ist aufwendig aber wenn man die zahlen gegeben hat ist es leicht zu sehen dass die 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 richtigen sind okay das heißt komposit ist nachweis polynomiell überraschenderweise gilt auch das duale davon dass das gegenteil möchte ich nicht sagen sondern es gilt auch dass die sprache aller der zahlen die nicht zerlegt werden können in solche zwei faktoren nachweis polynomiell ist also mit anderen worten die primzahlen ja also die sprache aller primzahlen ist ebenfalls nachweis polynomiell und das ist wirklich sehr überraschend denn während sie hier sehen ja klar wenn ich die beiden zahlen kenne dann muss ich sie nur multiplizieren dann habe ich schon den nachweis dass diese zahl zusammengesetzt ist aber wie soll das mit einer primzahl funktionieren wie möchten sie bitte schön erkennen dass diese zahl nicht zusammengesetzt ist was soll ich ihnen da als beweis liefern als zertifikat und dazu als kurzes zertifikat alle durchprobieren alle zahlen die sie die in frage kämen geht sicherlich nicht das wären exponentiell viele also müssen sie irgendwie eine eine andere lösung finden dafür und das ist seit den 1970er jahren bekannt das nennt man primality certificate sie können gerne in wikipedia nachschlagen wie das funktioniert das faszinierend hat was mit zahlen theorie zu tun okay primes also auch nachweis polynomiell und sie sehen es ist nicht immer so offensichtlich dass diese eigenschaft gilt und gut seit 20 jahren ungefähr wissen wir auch dass dieses gesamte problem in p ist also nicht nur ähm nachweis polynomiell wenn man ein zertifikat erhält sondern überhaupt polynomiell ähm auch ohne zertifikat also das heißt sie brauchen überhaupt keine lösung sie können das problem immer auch polynomiell lösen und jetzt sagen sie vielleicht huch wie kann das sein primfaktor zerlegung ist doch super schwierig das ist doch der grund warum unsere ganze kryptographie funktioniert hat das denn noch gar niemand gemerkt dass das eigentlich ähm äh gar nicht äh so schwierig ist dass man das in poinomialer zeit lösen kann ich mache mich mal schnell an die implementierung und knacke alle bankverbindungen und werde reich nein ähm so einfach ist es nicht ähm denn tatsächlich ist das hier ein auch ein fall in dem das entscheidungsproblem sehr viel leichter ist als das berechnungsproblem zu sein scheint also das einzige was wir hier entscheiden können in poinomialer zeit ist ob eine zahl eine primzahl ist oder nicht wir erhalten nicht die faktoren und wenn sie kryptographie lösen wollen dann brauchen sie freilich die faktoren also die die information dass mein public key ein produkt ist und keine primzahl ist äh ziemlich uninteressant da müssten sie nicht mal den algorithmus von agrawal kajal und saxena implementieren um das herauszufinden ja also sie sehen es ist nicht immer so dass das entscheidungsproblem die das problem komplett löst es gibt manchmal auch noch andere fragen ok faktorisierung gut es stellt sich heraus der name nachweis polinomial im deutschen ist ganz vortrefflich gewählt denn np steht alternativ nicht nur für nicht deterministisch polinomial sondern auch für nachweis polinomial eine sprache l ist genau dann nachweis polinomial wenn sie in dieser klasse np der polinomial nicht deterministischen algorithm gelöst werden kann warum ist das so ähm naja genau dann eigenschaften beweist man immer indem man beide richtungen betrachtet und das wollen wir hier auch machen zunächst einmal von nachweis polinomial zu np der np war definiert über nicht deterministische algorithmen wie kann man einen nicht deterministischen algorithmus finden wenn man bis hierher nur einen polinomialen verifikator hat betrachten sie also einen polinomialen verifikator v und jetzt wollen sie daraus eine polinomial zeitbeschränkte nicht deterministische turing maschine m konstruieren welche die gleiche sprache akzeptiert das ist eigentlich gar nicht schwer ich glaube das können sie selber auszuführen wenn sie ein bisschen sich zeit nehmen können auch gerne mal pause drücken und drüber nachdenken wir dürfen ja raten bei nicht deterministischen turing maschinen nicht wahr da was würden wir hier raten natürlich das zertifikat ja also für eine beliebige eingabe w würde diese nicht deterministische maschine erst mal ein polinomiales zertifikat z raten dabei muss die maschine darauf achten dass z nicht zu lang wird also irgendwie sicherstellen dass polinomial ist wenn man das tut dann wird das raten dieses zertifikats auch nicht allzu lange dauern denn polinomial viel der schritte darf man ja als nicht deterministische turing maschine durchführen und wir hatten auch gefordert dass die dass die polinomialität uniform beschränkt ist durch ein gegebenes polinom also man darf für jedes für jede eingabe w das gleiche polinom als schranke nehmen es muss nicht irgendwie eingabeabhängig sein wäre auch albern dann wäre es wenn man ein anderes polinom wählen würden dann wäre es nicht polinomiell im ganzen okay das heißt also wir können z in polinomierer zeit raten ein zertifikat und na gut wenn wir es einmal geraten haben dann müssen wir nur noch diesen polinomiellen deterministischen verifikationsalgorithmus ausführen um herauszufinden ob wir richtig geraten haben da müssen wir nicht mal mehr den nicht determinismus nutzen und dann haben wir die antwort okay also man kommt von nachweis polinomiell zu nicht determinismus das ist auch die intuition die man natürlich gleich hatte ja also wenn ein problem eine einfache lösung hat oder eine so geartet ist dass man die lösung leicht prüfen kann dann ist natürlich nicht deterministischer algorithmus klar ein vorteil die einfache lösung errät und dann leicht prüft okay das ist die eine richtung andere richtung rückwärts wir müssten von einer polinomiell zeit beschränkten nicht deterministischen turing maschine von so einem nicht deterministischen algorithmus für die sprache hin kommen zu einem polinomiellen verifikator wie könnte das jetzt gehen wie kommen wir hier weiter vor allem was ist das richtige zertifikat schon eine idee ja genau also wenn die polinomiell zeit beschränkte turing maschine das wort akzeptiert muss sie es ja irgendwie konkret akzeptieren das heißt sie braucht irgendeinen lauf der zur akzeptanz führt welcher das ist wissen wir nicht es gibt viele läufe sie rät ja unterwegs aber wie sie geraten hat das können wir deterministisch nicht herausfinden aber wir könnten es ja beim während dieses laufs loggen und könnten das als zertifikat nutzen das heißt also dass die kurze einfache lösung in diesem fall das zertifikat einfach nur die aufzeichnung darüber ist welche entscheidungen dieser nicht deterministische algorithmus in jedem schritt getroffen hat um erfolgreich zu akzeptieren hier in polinomiell vielen schritten da das nach polinomiell vielen schritten passieren muss ist dieses zertifikat kurz es dauert ja nicht lange die turing maschine hat gar nicht so viele entscheidungen zu treffen und es ist leicht das ganze nachzuprüfen mit einer deterministischen maschine die würde einfach nur diesen einen lauf noch einmal simulieren und schauen ob die turing maschine wirklich akzeptiert wenn sie diese entscheidungen trifft und damit haben wir auch die andere richtung und das ergebnis ist gezeigt damit endet dieser beweis okay toll also np abkürzung hat zwei bedeutungen nachweis polinomiell und nicht deterministisch polinomiell und die dritte bedeutung nicht polinomiell die vergessen wir am besten hat sie die noch irgendwie im kopf rumschwimmen okay eine letzte bemerkung möchte ich noch machen in diesem video die klasse np ist nicht symmetrisch was will ich damit sagen naja als gegenbeispiel die klasse p die der probleme die man polinomiell lösen kann ist symmetrisch sie ist unter komplement abgeschlossen meine ich damit das bedeutet wenn eine sprache in polinomiell zeit erkannt werden kann dann können wir auch das komplement der sprache also die sprache aus all den wörtern die gerade nicht in der ursprünglichen sprache enthalten sind können wir ebenfalls in polinomiell zeit entscheiden beweis naja wie geht das ganz einfach durch vertauschen der endzustände mit den nicht endzuständen genauso wie wir es schon bei den endlichen automaten gemacht haben wenn wir komplementieren also wir führen genau die gleichen berechnungen durch aber die frage ob am ende akzeptiert wird oder nicht die wird komplementiert und damit werden wir genau das gegenteil als ergebnis erhalten in jedem lauf und die komplementierte sprache akzeptieren ok soweit so gut das geht also bei p wie es jetzt bei np bei np geht das nicht warum geht es nicht ist auch etwas was sie im prinzip schon so kennen auch von den nicht deterministischen endlichen automaten schon bei den regulären sprachen haben wir das verstanden hoffe ich nämlich natürlich weil ganz klein geschrieben für ein akzeptierendes wort kann es bei einer nicht deterministischen durchmaschine sowohl akzeptierende als auch verwerfende läufe geben beides ist erlaubt ja es könnte ja sein auch wenn es möglich ist richtig zu raten gibt es auch möglichkeiten falsch zu raten und wenn wir dann akzeptanz und nicht akzeptanz vertauschen dann haben wir immer noch möglicherweise akzeptierende und nicht akzeptierende läufe das heißt das endergebnis ist immer noch gleich nämlich akzeptieren und das liegt einfach daran dass die ganze definition von np nicht symmetrisch ist akzeptanz gewinnt wir denken positiv wenn wir irgendwie akzeptieren können in einem lauf mit einer möglichen sequenz von zu zufälligen sondern nicht deterministischen entscheidungen dann soll das wort insgesamt akzeptiert werden und das heißt komplementierung ist nicht einfach möglich dadurch dass man das verhalten einfacher einzelner läufe komplementiert sondern man muss die existenz eines akzeptierenden laufes durch die nicht existenz eines akzeptierenden laufes ersetzen und das ist nicht klar wie das allgemein gehen soll es nicht so einfach und das zeigt sich auch in der praxis also wenn ich jetzt irgendein np problem anschaue ein typisches dann ist es tatsächlich so dass es scheinbar keine einfachen nachweise dafür gibt dass die antwort nein lauten muss also wenn ein sudoku korrekt gelöst ist und korrekt lösbar ist dann kann man das leicht sehen anhand der korrekten vervollständigung wenn das allerdings nicht so ist was soll ich ihnen da zeigen um zu beweisen dass das nicht geht dass das sudoku selbst irgendwie widersprüchlich ist da müssten sie ja vielleicht doch alle möglichkeiten durchtesten um zu sehen dass keine davon funktioniert und so ist es bei vielen sachen ja dass eine formel nicht erfüllbar ist wie soll ich ihnen das beweisen also ich kann ihnen eine belegung zeigen die die formel nicht erfüllt aber das heißt ja nicht dass es nicht doch irgendwie möglich ist oder dass ein kaff graf keine drei färbung hat ich kann ihn schlecht werden dann funktioniert das nicht aber das heißt ja nicht dass es nicht mit irgendeiner anderen färbung funktioniert aber ich kann ihnen auch nicht alle färbungen zeigen denn das wäre ja nicht mehr polenomiert also sie sehen auch intuitiv ist es irgendwie nicht klar wie das funktionieren könnte jetzt würde ich gern sagen ja und das kann man tatsächlich auch beweisen da hätte ich jetzt noch eine zehnte folie nach dieser neunten aber so einfach ist es nicht bisher wissen wir nur dass wir das unwahrscheinlich finden aber es hat es gibt kein beweis dafür dass das nicht möglich sein darf dass es nicht so ein zertifikat geben kann und sie haben gesehen bei den briefzahlen dass da durchaus auch überraschungen denkbar sind ja also es könnte schon sein es gibt ein ganz seltsames und originelles zertifikat an das wir überhaupt nicht denken was uns sofort belegen könnte dass formeln unauf nicht erfüllbar sind könnte scheint aber nicht sehr wahrscheinlich aber beweisen müsste man es mal okay was machen wir jetzt mit dieser situation das heißt wenn ich eine np sprache komplementiere ist es keine np sprache mehr oder zumindest wissen wir das nicht wie sie das sein könnte und um damit umzugehen definiert man zumindest einen namen dafür erstmal für seine ignoranz und zwar sagen wir dass die komplement oder die komplementär klassen von sprachen in np heißen sind sprachen in q np also q np ist auch eine komplexitätsklasse es ist die klasse all derer sprachen deren komplement in np liegt also mit anderen worten die klasse all derer sprachen bei der wir für die wörter die nicht in der sprache sind ein einfaches kurzes zertifikat finden können aber für die wörter die in der sprache sind vielleicht nicht okay das ist also diese asymmetrie ist ganz gut das zu verstehen ich glaube man kann sich das paar mal durchdenken und auch an verschiedenen dingen mal durchdenken bevor man es wirklich endgültig verstanden habe ich höre das auch immer wieder in höheren semestern noch dass da konfusionen gibt unter den studierenden also denken sie ruhig noch mal darüber nach und ergebnis eben davon ist wir haben mit solchen klassen wie q np zu tun und das das ist nicht nur bei np so auch bei allen anderen klassen die in n davor haben gibt es q klassen ja qnxp zum beispiel und nur in wenigen fällen wissen wir dass die co klasse und die klasse selbst zusammenfallen aber das ist stoff für andere kurse die weniger grundlegend sind als der hier deshalb höre ich jetzt auf mit diesem video schön dass sie weiter dabei sind wir haben einiges über np gelernt was ich ihnen noch nicht weiter gesagt habe ist welche dieser profilen probleme die in np liegen denn nun typisch sind für np und das führt uns auch zu einer der ganz ganz großen offenen fragen der informatik das werde ich in den nächsten zwei videos noch besprechen am abschluss dieser videoreihe bis dahin tschüss und auf wiedersehen